Der sogenannte Frauenfunnel ist ein Prinzip von mir, was dir verdeutlichen soll, dass du bitte in Zukunft eine höhere Schlagzahl machst, wenn du Frauen kennenlernen möchtest. Heißt, wenn du wirklich gut werden möchtest bei Frauen, reicht es nicht aus, wenn du nur zwei oder drei Frauen pro Woche aktiv ansprichst. Nein, dann sollten das schon irgendwie zehn oder zwanzig sein im besten Fall. Natürlich dann auch mit den richtigen Abläufen, die du bitte vorher gelernt haben solltest. Heißt, wenn du oben ein bisschen was reintust in den Trichter, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass unten was hängen bleibt, weil es zwangsläufig immer Frauen geben wird, die du ansprichst, die vergeben sind, die keine Lust auf dich haben, weil du einfach nicht der Typ bist, weil du es vielleicht verkackst oder weil irgendwas anderes passiert. Aber es werden schlussendlich welche dabei sein, die richtig gut zu dir passen, die genau auf so einen Typen wie dich warten, aber du wirst diese Frauen nur finden, wenn du eine höhere Schlagzahl machst. Also bitte mach mehr oben in den Funnel rein und dann kommt unten auch mehr raus. Also bitte mach mehr oben in den Funnel.